Mit unseren Produkten tragen wir weltweit dazu bei, die Krebsbehandlung in der Strahlentherapie präziser und sicherer zu machen. Mein Name ist Jens Gauthier, ich bin Geschäftsführer der LAP GmbH und wir sind hier am Standort in Lüneburg mit 230 Mitarbeitern tätig. Wir produzieren und entwickeln Lasersysteme zum exakten Positionieren in der Industrie und in der Medizintechnik in der Strahlentherapie. Um den Tumor exakt zu behandeln, muss der Patient hochgenau gelagert werden und das passiert mit unseren Lasersystemen. Acht von zehn Kliniken weltweit vertrauen auf unsere Qualität. Wir sind mit fünf Auslandsgesellschaften weltweit vertreten. Alle unsere Niederlassungen sind mit dem gleichen Warenwirtschaftssystem digital vernetzt. Damit stellen wir die schnelle Teile- und Produktversorgung unserer Kunden weltweit sicher. Über 80 Prozent der Produkte, die hier in Lüneburg gefertigt werden, gehen von hier aus in die ganze Welt. Mit dem Zukauf des Softwareunternehmens Lifeline aus den USA können wir zukünftig das Produktangebot für unsere Kunden in der Strahlentherapie noch erweitern. Das ist eine Verbrechen- und Universität. Mit dem Zukauf des Softwareunternehmens Kapuerts